Dann können wir in die Tagesordnung starten. Tagesordnungspunkt 42, Antrag der Fraktion der SPD, Aktuelle Stunde Ständig neue Anforderungen, viel Bürokratie und zu wenig Personal an hessischen Grundschulen Wann endlich reagiert die Hessische Landesregierung? Drucksache 20, 1946, 1988 Erste Wortmeldung der Kollege Christoph Degen, SPD-Fraktion. Bitte sehr, Christoph. Präsident Norbert Kartmann, meine sehr geehrten Damen und Herren! Schulleitungen und Lehrkräfte schlagen Alarm. Das will ich gleich zu Beginn ausdrücklich sagen. Das ist schon lange vor der Ankunft der Flüchtlingsschülerinnen und Schüler. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Lehrer beklagen Arbeitsbelastung, Hilferuf aus den Grundschulen, klagen über mangelnde Wertschätzung mit den Kräften am Ende. Das sind nur eine der ganz wenigen Überschriften aus Zeitungen der letzten Monate und Jahre. Wenn, wie gestern, die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, der Interessenverband der Schulleiter, die Vereinigung der Schulaufsichtsbeamten und die Arbeitsgemeinschaft der Direktoren an beruflichen Schulen und deren Studienseminare eine umfassende und schonungslose Bestandsaufnahme der Aufgaben von Schulleitungen und Schulaufsicht und Neujustierung fordern, dann ist etwas nicht in Ordnung an unseren Schulen. Wenn Eltern, Schulleiter und Lehrerkollegien aus allen Regionen Hessens mit Briefen, Überlastungsanzeigen und Presseinterviews auf die längst überschrittene Belastungsgrenze an unseren Grundschulen hinweisen, dann ist die Lage ernst. Schülerinnen und Schüler kommen mit immer mehr unterschiedlichen Lernvoraussetzungen und auch Voraussetzungen im Sozialverhalten an unsere Grundschulen, und das eben auch nicht nur in Sachen Deutschkenntnisse, meine Damen und Herren. Es ist insbesondere der hohen Eigenmotivation der Lehrkräfte zu verdanken, dass im Kontext von zunehmender Heterogenität, steigenden Anforderungen und neuen Aufgaben Meisterleistungen an unseren Schulen vollbracht werden, meine Damen und Herren. Aber das ist längst keine Selbstverständlichkeit mehr. Die Lehrerversorgung, die Anzahl der Stellen, die mag gestiegen sein, das steht ja gar nicht infrage. Das haben ja auch mehr Schüler als früher, meine Damen und Herren. Aber die Aufgaben, die zu bewältigen sind, haben doch um ein Vielfaches zugenommen. Die außerunterrichtlichen Aufgaben nehmen zu, das Schreiben von Förderplänen, die Personalführung, die Koordination, die Anleitung von Teilhaberassistenten, von Studierenden im Praxissemester, von Lehrkräften im Vorbereitungsdienst. All das sind Aufgaben, die immer mehr Zeit in Anspruch nehmen. Gleichzeitig haben wir Schülerinnen und Schüler mit mehr Verhaltensauffälligkeiten, mit einem größeren Aggressionspotenzial. Auch das muss man sagen, auch Gewalt gegen Lehrkräfte nimmt zu. Das macht es alles nicht einfacher für die Lehrerinnen und Lehrer. Auch der Anspruch der Eltern nimmt zu, informiert, beratend, eingebunden zu sein. All diese Aufgaben sind einfach nicht mehr mit der Halbtagsschule des 20. Jahrhunderts zu bewältigen. Meine Damen und Herren, wir können nicht immer mehr Aufgaben in den Halbtag hineinpacken. Wir brauchen ganz wesentlich und dringend mehr echte Ganztagsschulen, gerade im Grundschulbereich, um mehr Zeit und Raum für diese neuen Aufgaben zu schaffen. Wir brauchen mehr Unterstützung an den Grundschulen für individuelle Förderung, für die inklusive Beschulung, für den Ganztag, aber auch für die Koordinations- und Beratungsaufgaben und für die Differenzierung im Unterricht. Wenn ich von Differenzierung im Unterricht spreche, fällt mir doch eines ein. Ich frage mich, was die Landesregierung eigentlich macht. Die Landesregierung hat erst vor knapp einem Jahr 140 Stellen gestrichen, gerade für diese Differenzierung an Grundschulen. Die Differenzierungsgrundlage an Grundschulen wurde gekürzt. Das ist die grandiose Leistung dieser Landesregierung, meine Damen und Herren. Wobei, man muss sich auch ehrlich sagen, hätten Sie diese 140 Stellen nicht gekürzt, Sie wüssten ja heute gar nicht, wo Sie die hernehmen sollen, weil gar nicht genug Lehrer auf dem Markt sind, meine Damen und Herren. Dazu kommen die Arbeitsbedingungen. Das ist die Bezahlung der Lehrkräfte an Grundschulen mit A12, die fehlende Wertschätzung, die höchste Unterrichtsverpflichtung überhaupt unter den Lehrämtern. Ich frage noch einmal, was die Landesregierung macht. Ich kann es mir schon sehr gut vorstellen, wie wir in nachfolgenden Reden hören werden von sensationellen Maßnahmen, die historisch sind. Wahrscheinlich wird auch der Begriff Allzeithoch nachher fallen. Wir werden sicherlich hören, dass wir mit statistischen Mittelwerten ganz irgendwo vorne sind, meine Damen und Herren. Aber all das hat mit der Realität an einzelnen Schulen in Hessen gar nichts zu tun. Das sind statistische Mittelwerte und sagen gar nichts aus, wie es eigentlich aussieht in der Realität. Beifall bei der CDU und bei Abgeordneten der SPD und bei Abgeordneten der SPD Wenn wir auf die Überlastungsanzeigen zu sprechen kommen, dann wird der Herr Kultusminister mit Verlaub wieder einmal sagen, es sei ihm ein Rätsel, wie Lehrkräfte überhaupt nur auf die Idee kommen können, sich zu beschweren. Vizepräsident Frank Lortz Vizepräsident Frank Lortz Vizepräsident Frank Lortz Lieber Herr Kollege Christoph Degen, er muss zum Schluss kommen. Herr Präsident, wir brauchen endlich eine gleiche Bezahlung für alle Lehrämter. Wir müssen Überlastungen ernst nehmen. Wir müssen uns mit einer Studie wirklich einmal die Arbeitsbelastungen anschauen, wir müssen Lehrkräfte angemessen aus- und fortbilden, wir müssen den Sozialindex schärfen, dass er mehr auf die einzelne Schule abgestimmt ist, und wir müssen die befristeten Verträge reduzieren und endlich auch diese Lehrerarbeitslosigkeit in den Sommerferien abschaffen. Lieber Kollege Christoph Degen, dabei müssen wir Sie weiter unterstützen. Vizepräsident Frank Lortz Vielen Dank. – Das Wort hat der Kollege Armin Schwarz, CDU-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kolleginnen, sehr geehrte Kollegen! Nie waren die Grundschulen in Hessen personell besser ausgestattet als heute. Nie waren die Grundschulen materiell besser versorgt als heute. Nie waren die Grundschulen in Hessen pädagogisch besser aufgestellt als im laufenden Schuljahr 2016. Das ist kein Zufall, sondern das ist ein Ergebnis klarer Handlung, eines klaren Konzepts, das bei Ihnen wie immer fehlt. Wir haben immer auf Qualität und auf Quantität gesetzt. Ich werde gleich noch dazu kommen, den Vergleich mit anderen Bundesländern anzustellen, denn dann werden wir sehen, was Sie hier predigen. Setzen Sie überall dort, wo Sie Verantwortung tragen, in keinster Weise um. Herr Kollege Degen, ich bin froh darüber, dass Sie begonnen haben, machen wir auch eine Bestandsaufnahme. Das war Ihr Ansatz mit Blick auf einen Brief, der herausgegangen ist. Schauen wir genau hin. Wir haben in Hessen an den hessischen Grundschulen einen durchschnittlichen Klassenwert von 19,4 Schülerinnen und Schülern. Das sind die drittkleinsten Klassen in Deutschland. Herr Kollege Degen, wir geben pro Schüler 6.000 € mehr als im Bundesdurchschnitt. Das sind sieben % über dem Schnitt, nur, dass Sie es einmal gehört haben. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD Die Schulen profitieren von 104 bzw. von 105 % Lehrerversorgung. Das gibt es nur in Hessen, meine Damen und Herren. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Meine Damen und Herren, was heißt das denn in Stellen, über die reden Sie ja immer so gerne, über diese 104 bis 105 % sind 370 zusätzliche Stellen an den hessischen Grundschulen. Jetzt will ich Ihnen eines sagen. Rheinland-Pfalz, herzliche Grüße dorthin. Dort steht in Ihrem Koalitionsvertrag, bis Ende der Legislaturperiode hätten Sie gerne 100 % Unterrichtsversorgung gewährleistet. Das ist ein Treppenwitz, den Sie hier abermals bieten. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN Ja, da Sie sich gerne aus der Verantwortung stellen, wenn es ernt wird, das ist bekannt, Herr Schmidt. Das ist ein altes Motto. Wir machen das anders. Die Rheinland-Pfälzer streichen 300 Stellen. Wir haben seit 1999 seit 1999 zusätzliche Stellen in dieser Legislaturperiode geschaffen. Das ist kraftvoll, das ist planvoll und das ist zielgerichtet. Schauen wir einmal auf die maximale Klassengrößen. Wir haben die Klassengrößen an den Grundschulen von 28 auf 25 reduziert. Schauen wir einmal nach Nordrhein-Westfalen. Die maximale Klassengröße ist 29. Baden-Württemberg, Bayern, Brandenburg, maximale Klassengröße ist 28. Jetzt vergleichen wir das einmal. Lassen wir das einmal stehen. Kurze Beine, kurze Wege. Bei uns ist es möglich, wenn es zu wenige Schülerinnen und Schüler im ländlichen Raum in einer Klasse gibt, jahrgangsübergreifende Klassen zu bilden. So gestalten wir in der Fläche für den ländlichen Raum, aber auch für den städtischen Raum eine vernünftige Unterrichtsversorgung. Die Unterstützungsmaßnahmen, die wir den Grundschulen zur Seite stellen, können Sie sich sehen lassen. Stichwort Sprachförderung für Kinder nicht deutscher Herkunftssprache. Allein im Schuljahr 2016 und 2017 sind 925 zusätzliche Lehrkräfte in diesem Bereich aktiv in Vorlaufkursen, Intensivkursen, Deutschförderkursen und Intensivklassen. Ich frage mich, was Sie an dieser Stelle zu kritisieren haben. Mir fehlt leider die Zeit, ausführlich auf unsere kraftvollen Aktionen im Bereich des Ganztags einzugehen. Aber ich gehe davon aus, dass weitere Redner dieses Thema aufgreifen, genauso wie das Thema Sozialindex. Schauen wir mal auf die Besoldung. Die Besoldung in Hessen ist deutlich höher als in den meisten anderen Bundesländern. Jetzt kommt ein Paket von 4,2 % obendrauf, was den Schuldienst in Hessen noch einmal attraktiver gestaltet. Das gibt es auch nur in Hessen. Hinzu kommt noch ein Jobticket. All das gibt es nur in Hessen. Das entlastet auch finanziell die Lehrkräfte. Denn die können in den Ballungsräumen in einer vierstelligen Entlastung tatsächlich ohne zusätzlichen Aufwand zu ihrem Dienstort fahren. Das ist bares Geld in die Taschen der Lehrkräfte. Da können wir stolz auf sein, meine Damen und Herren. Zugleich reduzieren wir die Arbeitszeit ab dem 1. August. Davon profitieren die Lehrerinnen und Lehrer. 28,5 Stunden werden es nur sein. Parallel dazu wird eine Stunde auf das Lebensarbeitszeitkonto gutgeschrieben, sodass faktisch eine 40-Stunden-Woche hergestellt ist. Schauen wir auf die einzigartigen Kraftanstrengungen, die wir jenseits der personellen Ausstattung – Herr Kollege Schwarz, Sie müssen zum Schluss kommen. Herr Präsident, das mache ich gerne. Das Land Hessen packt zu dem Bundesprogramm im Bereich des Kommunalen Investitionspakets II – noch einmal richtig Geld obendrauf – 500 Millionen € für die Modernisierung und Erweiterung der Infrastruktur. Deswegen würde ich unterm Strich gerne noch viel dazu sagen. Das ist ein Treppenwitz Ihrer Aktuelle Stunde, die gründlich versenkt worden ist. In anderen Ländern – in Rheinland-Pfalz – schließen Sie Grundschulen und streichen Stellen. In Nordrhein-Westfalen fehlen 300 Schulleitungsstellen. Wir stehen zu 105 %. Wir stehen zu einer sehr verantwortungsvollen quotes – für die hessischen Grundschulen – Holger Bellino Herr Kollege Schwarz, Sie müssen zum Schluss kommen. Insofern haben Sie kein Konzept. Wir schon. Das mitnissen die Grundschulen, und damit haben wir erfolgreich, zielgenau, weiter so. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit, Herr Dorn und Teil. Vielen Dank, Kollege Armin Schwarz. – Das Wort hat Abg. Wolfgang Greilich, FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Nach den Ausführungen des Kollegen Schwarz will ich jetzt zum Thema dieser Aktuellen Stunde zurückkommen. Mir geht es heute um die Tatsache, dass die Belastung der Grundschullehrkräfte insbesondere in den vergangenen drei Jahren durch die wachsende Heterogenität der Schülerinnen und Schüler zugenommen hat. Das wurde teilweise durch die verstärkte Förderung der Inklusion aktiv verursacht, zum anderen aber auch durch den Flüchtlingsstrom und die damit verbundene Aufgabe, die Integration von Kindern mit Fluchterfahrungen und Migrationshintergrund zu bewältigen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, Herr Kollege Schwarz, Sie haben sich hier gelobt für das, was wir in der vergangenen Wahlperiode geschaffen haben, was Sie immerhin weitergeführt haben. Aber Sie loben sich immer für diese getroffenen Maßnahmen, insbesondere für die zusätzlich geschaffenen Lehrerstellen. Aber Tatsache ist, Sie können sie gar nicht besetzen. Das ist Ihr Grundproblem. Beifall bei der LINKEN und bei Abgeordneten der SPD Dazu kommt, dass Sie verschweigen. Das will ich hier doch einmal deutlich in Erinnerung rufen. Kollege Degen hat es auch erwähnt. Durch die Stellenumsteuerung vor zwei Jahren im Grundschulbereich haben Sie die Situation zusätzlich verschärft und damit den berechtigten Unmut der Lehrkräfte gesteigert. Wie wir alle wissen, hätte es in dieser Zeit stattdessen zu einem Stellenaufwuchs kommen müssen. Sie haben genau das Falsche getan. Das ist das Ergebnis, das wir festzuhalten haben. Die Themen wie Inklusion, Ganztagsschulausbau, Ausbau von Betreuungsangeboten an Grundschulen sind wichtig. Sie müssen angegangen werden. Das ist in diesem Hause, glaube ich, völlig unstreitig. Das ist der Unterschied zu dem, was Sie als Koalition machen und was wir für richtig halten. Sie dürfen diese Aktionen nicht auf dem Rücken anderer durchführen. Sie haben die Gymnasien geschwächt. Sie haben die heutigen Probleme an den Grundschulen verursacht. Darin spiegelt sich das Versagen dieser Koalition wider, die ihre mühsam ausgehandelten Kompromisse letztlich auf Kosten der Lehrerinnen und Lehrer verabredete. Meine sehr geehrten Damen und Herren, zum jetzigen Zeitpunkt, da das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ist es natürlich schwer, schnelle und umfassende Lösungsideen zu präsentieren. Das gilt gerade auch dann, wenn man, wie wir Freie Demokraten, nicht an Qualität sparen will, um sich nicht an den Kindern und an unserer Zukunft zu versündigen. Deshalb will ich nur ganz kurz sagen, was unverzüglich zu tun ist. An zwei Stellen muss die Landesregierung, muss diese Koalition unverzüglich umsteuern. Das Erste ist es, dass die zunehmende bürokratische Belastung, die wesentlich durch die übersteigerten Kontrollbedürfnisse des Kultusministeriums verursacht ist, zurückgeführt werden muss. Da gibt es zwei Punkte. Erstens. Durch weniger Kontrolle und mehr Vertrauen in die verantwortungsvoll handelnden Lehrerinnen und Lehrer und Schulleiter und Schulleiterinnen. Zweitens. Wo das nicht reicht, durch die Übernahme von Verwaltungslasten, durch die Verwaltung, z.B. durch die staatlichen Schulämter. Viele der dort wahrzunehmenden Aufgaben gehören nicht zu den Aufgaben der Pädagogen, sondern sie gehören in den Bereich der Verwaltung oder der Sachbearbeitung. Der zweite zentrale Punkt ist, dass auch wir Freie Demokraten hinter dem Gedanken der Inklusion stehen. Aber wir betonen, dass das Kindeswohl im Mittelpunkt und die benötigten Ressourcen bereitstehen müssen, wenn man dieses Ziel erreichen will. Meine sehr geehrten Damen und Herren, die Berichte aus den Grundschulen zeigen, dass mit den derzeitigen Ressourcen die notwendige hohe Qualität, die individuelle Förderung und Differenzierung in den heterogenen Klassen mit den verschiedenen Förderbedarfen und Ansprüchen schlicht nicht guten Gewissens verwirklicht werden können. Deshalb müssen wir dem Ressourcenvorbehalt wieder Geltung verschaffen. Selbstverständlich. Ich weiß, dass diese Debatte nicht leicht zu führen ist. Wir erinnern uns an die klaren Diskussionen in der letzten Wahlperiode. Da hatten wir so manches auszuhalten, weil wir auf die Tatsache hingewiesen haben, dass es ohne Ressourcen in ausreichendem Umfang nicht geht. Aber der Unterschied, wenn man sich dieser Diskussion stellt, ist ein sehr grundlegender. Im Gegensatz zu ihrer Vorgehensweise ist sie wenigstens ehrlich mit Blick auf das einzelne Kind. Wir dürfen nicht weiter zulassen, dass weder die Schülerin oder der Schüler mit besonderem Förderbedarf oder Beeinträchtigungen noch alle anderen Kinder in der Klasse bestmöglich an der Regelschule beschult werden können. Herr Kollege Reilich, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum letzten Satz, auch wenn die Uhr mir noch eine Minute anzeigt. Hier ist die Landesregierung gefordert, die Schrauben nicht immer weiter anzuziehen und das Blaue vom Himmel zu versprechen. Machen Sie sich ehrlich, meine sehr geehrten Damen und Herren von der Koalition. Hören Sie auf, Inklusion in der Regelschule auf Kosten der Schülerinnen und Schüler und der Lehrerinnen und Lehrer mit der Brechstange durchzusetzen? Lieber Kollege Greilich, ich will nur darauf hinweisen, die Uhr ist falsch gelaufen. Deshalb haben wir sie zu spät eingestellt worden, weil sie uns so sympathisch sind. Aber jetzt haben wir sie zu früh abgestellt. Deshalb sind wir wieder in der Zeit. Gut, dann hat jetzt das Wort der Kollege Wagner, Fraktionsvorsitzender, BÜNDNIS 90 die GRÜNEN. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Die Anforderungen an unsere Schulen und an die Lehrerinnen und Lehrer sind in den letzten Jahren kontinuierlich gestiegen. Das gilt natürlich insbesondere für den Grundschulbereich. Die Voraussetzungen, mit denen Schülerinnen und Schüler in unsere Schulen kommen, sind sehr vielfältig geworden. Die Spannbreite ist immer größer geworden. Die einen sind prima unterstützt durch ihr Elternhaus, bringen schon viel Vorwissen mit. Bei anderen Schülerinnen und Schülern muss wirklich das Elementarste in den Grundschulen noch nachgeholt werden. Diese Spannbreite ist größer geworden. Natürlich sind unsere Schulen, insbesondere die Grundschulen, herausgefordert durch unser politisches Ziel und das gesellschaftliche Ziel, Inklusion zu verwirklichen, also den gemeinsamen Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Behinderungen. Das ist ein richtiges und wichtiges gesellschaftliches Ziel. Aber es ist natürlich eine Herausforderung in der Umsetzung. Natürlich sind unsere Schulen gefordert durch die Integration der Flüchtlingskinder, die geflohen sind vor Krieg, vor Terror in ihrer Heimat und denen wir hier eine neue Perspektive und eine neue Existenz geben. Das alles ist eine herausfordernde Situation für unsere Schulen. Deshalb möchte ich die Gelegenheit nutzen, all den Lehrerinnen und Lehrern, die diese Aufgabe tagtäglich leisten, ein ganz herzliches Dankeschön und für ihre engagierte Arbeit auszusprechen. Ein Dankeschön ist aber natürlich nicht genug. Deshalb möchte ich dieses Dankeschön verbinden, auch mit einem Appell an die Eltern, auch an die Eltern und an die Politik. Wir müssen auch Eltern sagen, dass es eine gemeinsame Erziehungs- und Bildungsverantwortung von Schule und Elternhaus gibt und dass es auch Aufgabe der Elternhäuser ist, ihre Kinder zu unterstützen. Jetzt kommt der dritte Punkt. Jetzt kommt der dritte Punkt, und alles drei gehört zusammen. Nein, nein, es gehört alles drei zusammen. Es gehört zusammen die Leistung der Lehrer, es gehört zusammen die Verantwortung der Eltern und die richtigen Rahmenbedingungen der Politik. Die Opposition fragt, wann die Landesregierung reagiert. Wir haben bereits reagiert, und wir reagieren auf die gestiegenen Herausforderungen. Die Klassengrößen an den Grundschulen wurden vor wenigen Jahren gesenkt, von 28 auf 25. Wir haben an den Schulen eine 105 % Lehrerversorgung im Landesdurchschnitt. Das gibt es in keinem anderen Bundesland. Das sind allein für die Grundschulen 370 zusätzliche Stellen für Förderung, die es in keinem anderen Bundesland gibt. Wir reagieren auch aktuell. 1.900 zusätzliche Lehrerstellen allein in den vergangenen zwei Jahren für Hessens Schulen. Wir haben das Ganztagsschulprogramm in einem Maße ausgeweitet, wie es das bislang in Hessen nicht gibt. Es stehen mittlerweile dreimal so viele Stellen jedes Schuljahr zusätzlich für den Ausbau des Ganztagsschulprogramms zur Verfügung als bislang. Wir haben auch hier einen besonderen Schwerpunkt auf die Grundschulen gelegt, meine Damen und Herren. Inklusion. Ja, es ist eine politische Aufgabe, es ist eine gesellschaftliche Aufgabe, aber wir lassen die Schulen damit nicht allein. Deshalb haben wir ein neues Umsetzungskonzept für Inklusion auf den Weg gebracht, mit dem wir wesentliche Kritikpunkte, die die Schulen äußern, aufgreifen. Ja, es gibt den Wunsch der Schulen, dass die Förderschullehrkräfte zur Ergänzung der allgemeinen Schule mit ihrem vollen Stundendeputat an der Schule eingesetzt werden sollen. Genau deshalb setzen wir das jetzt mit den inklusiven Schulbündnissen um. Ja, es gibt den Wunsch, zusätzliche Koordinierungsstunden für die Netzwerkarbeit, die bei Inklusion notwendig ist. Deshalb bringen wir mit den inklusiven Schulbündnissen 210 Stellen mehr auf den Weg, unter anderem genau für diese Herausforderung. Natürlich ist Integration etwas, was nicht von selbst gelingt, sondern wobei wir die Schulen unterstützen müssen. Deshalb gibt es den schulischen Integrationsplan, der mit diesem Schuljahr verwirklicht wurde, mit dem die Schulen zusätzliche Klassen bilden können, mit dem wir den Sozialindex noch einmal erhöht haben, mit dem wir die Deutschförderung unterstützen. Deshalb gibt es die Intensivklassen, über 1.000 Intensivklassen und Intensivkursen. Sie fragen, wann wir reagieren. Wir haben bereits reagiert, meine Damen und Herren. Beifall bei der CDU und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN und dem BÜNDNIS 90-DIE GRÜNEN mit dem Sozialindex von 300 auf 600, jetzt auf 800 Stellen mit der Herausforderung der Flüchtlinge. Die Arbeitszeit wird verkürzt an den Schulen, wird wirken zum kommenden Schuljahr. Herr Kollege Wagner, Sie müssen zum Schluss kommen. Wir sind dabei, zu reagieren. Zwei Sachen will ich noch einmal festhalten. Nichts von dem, was die Opposition heute hier gesagt hat, was notwendig wäre, hat sie in den Haushaltsberatungen beantragt. Das ist der Unterschied. Sie versprechen allen alles und halten nichts. Wir arbeiten an konkreten Veränderungen. Sie müssen teilweise noch wirken. Natürlich bleiben wir auch offen für weiteren Verbesserungsbedarf an unseren Schulen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Kollege Wagner. – Das Wort hat Frau Kollegin Faulhaber, Fraktion DIE LINKE. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Nach Ihrer Rede, Herr Schwarz, ist es wieder überdeutlich, warum es so wichtig war, dass die SPD diesen Punkt auf die Tagesordnung gesetzt hat. Wir sind da auch sehr dankbar. In der Tat sorgt nämlich das Kultusministerium schon seit längerer Zeit für Kopfschütteln. In den letzten Monaten ist noch mehr Unverständnis hinzugekommen. Herr Wagner, das wird auch irgendwie deutlich, wenn Sie hier sagen, es wurden keine Anträge gestellt, was zumindest für unsere Fraktion nicht stimmt. Ich hoffe auch, dass Ihre Einlassungen zu den Eltern eher dem Wahlkampf geschuldet sind. Das muss man noch einmal extra diskutieren. Die Eltern dafür verantwortlich zu machen, das ist auch eine Sache, die mit Chancengleichheit zu tun hat, Herr Wagner. Man darf nicht vergessen, in welcher bildungspolitischen Phase wir uns gerade befinden. Die Enquetekommission tagt seit 2014, also etwa drei Jahre. Er hat zahlreiche Expertinnen und Experten angehört. Er ist jetzt erst mit ihren Anhörungen fertig geworden. Er hat mit ihrer redaktionellen Arbeit begonnen. Einen Abschlussbericht wird es wahrscheinlich im Sommer oder im Frühherbst geben. In dieser Enquete steckt geballtes Wissen von vielen Fachleuten und von allen hier anwesenden Fraktionen. Es ist bemerkenswert, dass in der Bewertung bildungspolitischer Zukunftsaufgaben große Schnittmengen bei den Fraktionen vorliegen. Umso verwunderlicher ist es, dass das hessische Schulgesetz, also der bildungspolitische Wegweiser dieser schwarzen Landesregierung, unbedingt novelliert und verabschiedet werden soll, bevor dieser Abschlussbericht der Enquetekommission vorliegt. Das ist völlig unverständlich, meine Damen und Herren. Wieso missachten Sie alle Beteiligten, die sich so intensiv mit der Enquetekommission auseinandergesetzt haben? Aber irgendwie passt das natürlich auch. Herr Kultusminister, es passt zur Ignoranz, mit der Sie sich selbst und Ihre Arbeit in den Himmel loben. Sie müssen die zahlreichen Brandbriefe von Hunderten von hessischen Lehrerinnen und Lehrern aber ignorieren. Auch Sie, Herr Schwarz, werden nicht müde, immer und immer und immer und immer wieder zu wiederholen, es gehe den hessischen Schulen und deren Beschäftigten so gut wie nie zuvor. Jetzt frage ich mich nur, warum? Gibt es denn so viele Überlastungsanzeigen? Die Beschäftigten sehen das nämlich ganz anders, und zwar zu Recht. Herr Degen hat die Aufgaben und Herausforderungen schon beschrieben, die mittlerweile zum Arbeitsalltag einer Lehrkraft gehören, besonders in den Grundschulen. Das sind die Folgen, wenn man politische Entscheidungen trifft und deren Umsetzung danach einfach auf die Lehrerinnen und Lehrer abschiebt, ohne dafür die nötige Unterstützung bereitzustellen. Das beste Beispiel ist die Umsetzung der Inklusion. Angeblich gibt es sie in Hessen. Praktisch jedoch zeichnet sich ein eher trauriges Bild. Die guten Ansätze des gemeinsamen Unterrichts mit Doppelbesetzungen in den Klassen – zuletzt waren es immerhin noch 18 Stunden, die doppelbesetzt waren – wurden aus Kostengründen wieder abgeschafft. Heute kann man froh sein, wenn vier Stunden wöchentlich doppelbesetzt sind. Die Kinder, die trotz Beeinträchtigungen an den Regelschulen unterrichtet werden, sind vor allem darauf angewiesen, dass sie eine engagierte Lehrkraft haben, die sehr oft ohne ausreichende Unterstützung inklusiv beschult. Genauso verhält es sich mit den Flüchtlingskindern insbesondere an Schulen, an denen es keine Intensivklassen gibt. Ich fasse zusammen. Mitten in der Arbeit der Enquetekommission Bildung und im Novellierungsprozess des Schulgesetzes erreichen das Kultusministerium wöchentlich Brandbriefe aus Darmstadt, aus Offenbach, aus Frankfurt, aus Nordhessen. Was machen Sie, Herr Kultusminister? Was sagt die CDU? Sie gehen gar nicht darauf ein, keine Reaktion aus dem Haus, das für die Lehrkräfte zuständig ist. Das ist unglaublich. Es ist unglaublich, sich dann noch hinzustellen und zu sagen, es gehe den Lehrerinnen und Lehrern so gut wie nie zuvor. Daher fordere ich Sie heute erneut auf, sich endlich mit Ihren eigenen Bediensteten auseinanderzusetzen, wie sich das als oberster Dienstherr gehört, Herr Lorz. – Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Fahler. – Das Wort hat der Kultusminister Prof. Lorz. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ja, unsere Grundschulen stehen vor großen und teilweise vor neuen Herausforderungen. Das wird niemand bestreiten. Deswegen habe ich auch hohe Achtung vor all dem, was an unseren Schulen geleistet wird. Aber, meine Damen und Herren, das ist der erste Punkt, den ich festhalten möchte, das sind keine neuen Anforderungen, die sich diese Landesregierung ausgedacht hätte, vielleicht mit Ausnahme des Ausbaus der Ganztagsangebote. Aber da habe ich noch niemanden getroffen, der das nicht für sinnvoll gehalten hätte. Die Opposition sagt eigentlich auch immer nur, das wäre noch zu wenig. Das haben wir auch eben wieder gehört. Die gebundene Ganztagsschule ist die Lösung für alles. Nur, wenn das so wäre, dann müssten die Schulen eigentlich bei uns Schlange stehen, um sich um die Aufnahme in das Profil 3 zu bewerben. Das tun sie in der Form nicht. Die, die sich bewerben, die unterstützen wir. Wir genehmigen im Moment und auch schon seit Jahren, jeden Antrag einer Grundschule in Profil 3 zu wechseln, meine Damen und Herren. Aber das allein ist nicht die Lösung der Probleme. Der Kern der Herausforderung besteht in der Tatsache, dass in den Grundschulen einfach per Definition alle Schülerinnen und Schüler sitzen, so wie sie schon immer da saßen. Das reicht vom später abschlussgefährdeten Jugendlichen bis zum hochbegabten zukünftigen Abiturienten. Da sind Schülerinnen und Schüler mit und ohne Migrationshintergrund aus bildungsaffinen ebenso wie aus bildungsfernen Haushalten. Lediglich im Zuge der Inklusion sind jetzt noch Kinder hinzugekommen, die früher nicht in der Grundschule saßen. Aber da sagt die Opposition ja auch nur, das wäre noch zu wenig, mit Ausnahme der FDP. Das war eine interessante Distanzierung, Herr Greilich. Darüber müssen wir uns bei anderer Gelegenheit noch einmal unterhalten. Wenn wir all die Brief- und Überlastungsanzeigen nehmen, die natürlich die Abgeordneten der Opposition hier wortreich zitiert haben, dann beschweren sie sich auch zum Geringsten über unsere politischen Anforderungen oder über irgendwelche bürokratischen Hemmnisse, sondern im Wesentlichen über Schüler und Eltern. Die Kinder hörten nicht zu. Die Eltern seien übermotiviert oder desinteressiert. Die Schüler sind aggressiv, schlecht erzogen und einfach sehr viel schwieriger als früher. Meine Damen und Herren, ich höre da sehr gut zu. Ich nehme das auch ernst. Aber zur Wahrheit gehört auch, dass sich diese gesellschaftlichen Phänomene nicht einfach politisch beseitigen lassen. Beifall bei der LINKEN und bei Abgeordneten der SPD und der LINKEN Wo wir aber in und mit Schule helfend eingreifen können, da handelt diese Landesregierung schon seit Jahren und bringt permanente Unterstützung an die Grundschulen. Persönliche Entlastung auch für die Grundschullehrkräfte. Es ist schon angesprochen worden die Senkung des Klassenteilers. Das ist eine Entlastung für Lehrkräfte, wenn drei Schülerinnen und Schüler weniger in der Klasse sitzen. Zum 1. August greift die Arbeitszeitverkürzung. Dann sind wir auf dem gleichen Arbeitszeitstand, auch was die Pflichtstunden von Grundschullehrkräften anbetrifft, wie in praktisch allen anderen Bundesländern. Es gibt keine Sonderbelastung in Hessen. Jenseits dieser persönlichen Faktoren bringen wir vor allen Dingen ständig zusätzliches Personal an die Grundschulen. Die 105-prozentige Lehrerzuweisung ist angesprochen worden. All die Anforderungen, die wir anerkennen, die dazugekommen sind, werden mit zusätzlichen Ressourcen hinterlegt für den Umgang mit Heterogenität, der Sozialindex, für die Herausforderungen des Ganztagsausbaus, für die Sprachförderung für Kinder mit nicht deutscher Herkunftssprache und für die inklusive Beschulung. Meine Damen und Herren, wenn Sie all das zusammenzählen, dann haben wir im Moment mehr als dreieinhalbtausend Lehrerstellen an den Grundschulen im Einsatz über die Grundunterrichtsversorgung hinaus, um genau auf diese Anforderungen zu reagieren. Der Großteil dieser Lehrerstellen ist erst in den letzten Jahren geschaffen worden. Die sind alle frisch und zusätzlich genau für diese zusätzlichen Anforderungen an die Schulen gekommen, meine Damen und Herren. Ja, wir haben jetzt schon so viele Ressourcen im System, dass wir Schwierigkeiten haben, sie noch alle mit realen Köpfen auszufüllen, weil man auch sagen muss, dreieinhalbtausend Stellen sind zusätzlich im System über die Grundunterrichtsversorgung hinaus. Wir reden von einer möglichen Lücke von 200 bis 300 Kräften zum Beginn des nächsten Schuljahres. Auch das muss man einmal ins Verhältnis zueinander setzen. Aber trotzdem besteht diese Schwierigkeit. Ich habe interessiert zugehört. Ich stelle fest, dass die bekannte Metzger-Devise der Opposition nach dem Motto, darf es denn nicht noch ein bisschen mehr sein, ist eben nicht mehr so lautstark vorgetragen worden wie früher, weil die Opposition natürlich auch anerkennt, dass es diese Schwierigkeiten mittlerweile gibt, die Stellen auch mit Personen zu füllen. Und weil sowohl die Debatte vom letzten Plenum im Februar als auch heute Morgen bewiesen haben, dass jenseits des Aktionsplans, den wir durchführen, die Opposition auch keine weiteren Ideen hat, wie man diese Stellen noch mit Personen füllen könnte. Meine Damen und Herren, wir sind die Einzigen, die ein Konzept haben. Wir haben in der Vergangenheit bewiesen, wie ernst es uns mit der stetigen Steigerung von Investitionen im Bildungsbereich ist. Wir haben es gezeigt. Wir werden es auch weiter zeigen. Aber wir müssen auch Schritt halten. Mit der Zuweisung von Ressourcen und Stellen alleine ist es nicht getan. Wir müssen Schritt halten in der Gewinnung von Lehrkräften für diese Stellen. Wir müssen vor allen Dingen auch den Lehrkräften, die sich bereits in der Praxis befinden, aktuell Unterstützung geben. Deswegen werden wir auch ein neues Fortbildungsprogramm in diesem Bereich auflegen. Deswegen werden wir eine bessere Beratung und Begleitung zur Verfügung stellen. Meine Damen und Herren, die Lage ist insgesamt nicht einfach, aber wir handeln, wo die Opposition nur wohlfeile Forderungen stellt. Das ist der Unterschied. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Minister. Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr zu diesem Punkt. Damit ist 42 abgehakt.